so ja so als stolzes mitglied ich mach mal hier platz damit hier die herrschaften rumlaufen dürfen also die herrschaften die jetzt da unten rumlaufen waren bei uns hinten im studio die habe ich jetzt verkleinert und lasse sie jetzt da rumlaufen ich lasse sie jetzt da rumlaufen hier auf dem e.v. so fett werbung weil stolzes mitglied der star wars fans dortmund e.v. weil hier in stadt essen klappt einfach nicht und deswegen werde ich auch bis zur con auch immer con werbung machen hier im laden sowieso aber dieses video ich begrüße den film meine lieben freunde als händler freue mich natürlich immer wenn ich ware bekomme aber mit sideshow und hot toys muss ich wohl irgendwie pech haben scheint wohl so aber glaube ich bin ich nicht ich glaube nicht es ist halt es gibt ein läufiges gesetz ja mag sein es gibt eine menge aber hier mit hot toys und sideshow so viel pech zu haben das ist ja schon gar nicht mehr normal ist also nicht mehr normal dass das alles passiert erst habt ihr ja gesehen beim unbox video dass die ware beschädigt war und wie die beschädigt war und auch innen drin alles beschädigt war war ja nicht nur der karton sondern die ware selbst also die figuren sind gut wenn man sie ausstellen will so wie ich sie jetzt vorhabe hier eine riesen glaswand wo die dann alle stehen ist es dann im ersten moment nicht so schlimm so jetzt wurde aber hand solo bestellt e7 und chewbacca e7 und wir haben jetzt einen schaden bis jetzt insgesamt mit denen von fast über 1200 euro über 1200 euro schaden weil die ware angeblich angekommen wäre und wir hätten sie nicht entgegen genommen sondern der kunde hätte die ware abgelehnt so die ware ist aber vorbestellt die ware ist schon bezahlt wie gesagt wir haben 1200 euro bezahlt im voraus ja und haben jetzt ein paket total beschädigt können wir nicht mehr verkaufen und zwei irgendwo im nirvana natürlich versuchen wir jetzt unser geld zurück zu bekommen und haben natürlich vorhin telefonisch mit amazon gesprochen deswegen finde ich amazon auf eine halt gut weil man kann sich wirklich mit amazon unterhalten am telefon die situation klar gemacht und jetzt festgestellt hier stimmt etwas nicht japan behauptet die ware geht gar nicht also wenn ich sie also ziemlich schnell geht das hier weil wenn man also wir haben gerade also heute morgen um 8.30 Uhr die ware kontrolliert war aber nicht da wir haben ein schreiben erhalten wäre sofort zurückgegangen dann kriegt man ja so ein rufzeichen und dann haben wir natürlich sofort reagiert um 9.30 Uhr hatten wir dann schon amazon hier am telefon dann haben wir also auch sofort korrespondenz aus japan gehabt dass die ware angeblich unterwegs wäre also die ware wäre angeblich hier bei der deutschen post müsste also ausgehändigt werden aber kann gar nicht sein weil keine ahnung muss ja per flieger gekommen sein sondern haben wir ein schreiben von japan bekommen wenn wir die ware halt nicht annehmen und die dann wieder zurück schicken würde dann die schifffahrt die müsste dann bezahlt werden also die ware müsste also auf deutsch gesagt die ware ist angeblich hier angekommen man kann mir ja bunte blätter schicken per e mail ich habe auch alles ausgedruckt angeblich post post weiß jetzt auch nichts da kriegt er ja die tracking nummer und das alles bei amazon war das auch ein bisschen merkwürdig weil die firma wie wir den hansolo bestellt haben weil die firma weg war gar nicht mehr da da war eine andere firma da und da waren natürlich direkt wieder 150 euro billiger teurer noch teurer noch teurer aber wir haben jetzt wie gesagt 1200 euro schaden im moment leider ich komme qualität schnelligkeit verlässlichkeit zeichnet uns aus und da sind wir auch stolz drauf ich besonders ja kann sein dass amazon da gerade wieder anrufen so amazon richtig so amazon hat nämlich gerade angerufen deswegen mache ich mal wie er hier also ich bin in der a bis z garantie bis zum 22 also den ganzen monat ist das geld erstmal weg komplett den ganzen monat wir haben im april bestellt also ende april bestellt und sollte so spätestens anfang juni kommt so jetzt haben sie geschrieben zwischen 7 und 22 juni sind zwei figuren aus japan kommen die beiden figuren einmal hansolo und einmal chewbacca aus e7 also die neuen figuren aus e7 oder wie schwer ranzukommen hier in deutschland kaum zu haben deswegen einfach mal dort ausgelöst die summe ist heiß die summe ist grausam aber egal trotzdem haben wir es gemacht wir sind selber schuld wir sind ja alt genug amazon sagt aber ist in ordnung a bis z garantie warten wir bis zum 22 juni wenn da definitiv nichts gekommen ist gibt es das geld zurück so lustig ist es halt mit japaner sie sofort reagieren wir haben bescheid gesagt ich persönlich habe jetzt ein fehler gemacht dass ich jetzt bei amazon die halt mal bestellt hatte bedingt dadurch weil ja das malheur mit dem großhändler passierte habt ihr ja mitbekommen also wie gesagt das ist das also die dritte figur in folge wo einmal die kartonage ankam als ob sie schon mal gegessen worden war und die figuren sahen halt auch so aus egal und die andere ware war angeblich schon hier ja wir hätten dann die einfach wieder zurückgegeben ja weil wir sie zurückgegeben haben gehen die angeblich über den seeweg was aber nicht sein kann weil die angeblich an alle vorschauern an alle kunden die ware ist deswegen jetzt hier so aufgebaut weil wir 40 jahre star wars feiern so wir haben wir feiern dieses ganze jahr star wars 40 jahre und diesen monat halt extrem und wenn diese wenn dieser monat vorbei dann wird alles wieder weggestellt in einem separaten raum weil wir dann verschiedene andere figuren dann anbieten werden und zu weihnachten bieten wir dann alle Marvel Hot Toys Sideshow also die Figuren DC also alle Filmfiguren und aus dem Theater sozusagen bieten wir dann an mit DVD mit Blu-Ray mal schauen ja also jetzt freuen wir uns erstmal hier auf die Con Do Con dann freuen wir uns erstmal auf den Verein und wir haben also auch schon reichlich ausgetauscht einige Figuren die wir hier haben müssen ja noch wegen Kostüm noch bearbeitet werden und werden dann auch sicherlich noch bearbeitet da kriegen wir hin kriegen wir hin ja und dann beende ich jetzt schon also wollte euch nur sagen irgendwie Pech Pech mit den Figuren viele fragen sie bist du Fan das ist eine Firma das soll an sich verkauft werden als Händler mal gucken wie wir das mit den Figuren machen wie wir die dann verkaufen weil wir sie hier halt vor Ort nicht verkaufen können vielleicht packen wir sie ein und dann verkaufen wir die irgendwann mal auf den Korns mal schauen läuft der nicht weg wir hoffen natürlich dass wir die Hot Toys und Zeitshows wirklich bekommen in einem guten Zustand fast super Zustand weil momentan nur Pech damit wie gesagt 1200 Euro sind da mal eben im Sand gesetzt aber sind ja nicht weg sind ja halt einen Monat irgendwo also für einen ganzen Monat ist das gute Geld irgendwo keine Ahnung macht irgendeinen froh ist eben halt so müssen wir durch Pech gehabt ja aber an alle Zuschauer an alle Kunden wir haben jetzt eine wunderbare Firma gefunden hier in Deutschland in der großen Hauptstadt und die will uns dann demnächst mit den Figuren versorgen und auch wesentlich günstiger somit kann man die Ware dann also günstiger anbieten und das ist ja jeder mittlerweile sind wir ja schnapper geworden wir schnappen ja zu wenn die Ware wie gesagt ach da fällt mir gerade ein an sich hätte jetzt heute auch eine Figur kommen müssen ja fällt mir gerade auf deswegen hat er auch vorhin so geguckt der DL Fahrer kam guckte und fuhr dann weiter der hat sich wohl gedacht auch kannst auch heute Abend liefern kann sein wir haben jetzt circa 14 Uhr bin gespannt aber die Figur bringt die an sich da noch offen war ja ja also Hot Toys und Sideshow dauert ja einen ganzen Monat long way wir sind uns halt nur wir sind verwundert also wir sind hochgradig verwundert dass die Ware angeblich per Luftpost gekommen ist sogar Amazon fragt sie wie Luftpost wäre angeblich per Luftpost gekommen und ich oder irgendjemand hätte die Ware dann verweigert was nicht geht also auf keinen Fall dafür war die Han Solo Figur zu teuer sollte alles noch frühzeitig kommen und bis zur Sendung kommt ihr halt nicht dann ist ja hier auch schon alles wieder weg geworden aber egal die wird vor laufender Kamera gezeigt den ganzen Ärger also alle Figuren die wir jetzt hier nach und nach bestellen und wenn die Ärger verursachen ihr könnt das Unbox Video dann sehen die Verärgerung sehen und die Abhandlung also Amazon hat ja habt ihr ja gehört piep piep angerufen es läuft wie bei BWA bis zum 22. müssen wir warten ansonsten kriegen wir über die A bis Z Garantie das Geld wieder ja aber unter uns wir kaufen demnächst nur noch in einem Fachgeschäft egal wie egal wo wir wollen dass Fachgeschäfte bleiben und wir möchten halt auch gerne in dem besagten Fachgeschäft auch einkaufen und wir finden es super wenn Fachgeschäfte auch online beides man kann da reingehen und online die Ware und man kann also wenn man die Ware online gekauft dann trotzdem wieder in den Laden sagen hier schau mal da ist was da ist was nicht in Ordnung kann man da sofort regeln und das finden wir super wir finden also die online sofort Regelung zehnmal besser wie nur online ja aus dem Wohnzimmer raus aus der Garage raus aus dem Altenheim raus die Ware oder von einem sogenannten Marktplatz nur online ohne Zugriff ohne dass man da reingehen kann ne so online finden wir persönlich und ich auch persönlich nicht gut so wisst ihr bescheid wir arbeiten dran wir hoffen dass die Ware wieder kommt ne an die andere Ware arbeiten wir auch dass wir auch kommen für einen guten Kurs damit wir schön bei euch los ist oder so ob ihr in anderen Zeitzonen wohnt oder so also hier lacht zwar die Sonne aber viel ist nicht so los wir leben hier auch in einer sogenannten Star Wars freien Zone figurenfreien Zone also nur von Figuren könnte man nicht leben ähm wir haben jetzt das Internet wirklich durch Frost wirklich minutenweise sekundlich wirklich sieben Tage die Woche wir haben dann auch viele Ware bestellt und sehr viele online bemerkt so wir haben in Amerika bestellt für 29,95 eine Figur nach hat uns diese Figur 127,95 gekostet weil plötzlich 67,50 67,50 Verpackung dazu kam 29,95 die Figur 7,95 die Verpackung und dann hier noch einmal 17 Euro Zoll also wir haben uns da schon gedanken drum gemacht ja dann haben wir bei Amazon bestellt sind jetzt bis zum 22.07 blockiert das ist eine lange Zeit so lange müssen wir weil der Händler so eine lange Wartezeit eingeräumt hat ich meine das ist auch Tricksitz also bei Amazon haben wir also Amazon haben wir jetzt total durchleuchtet die Einfachsachen Ruckizuck ist in Ordnung unsere Kunden wie gesagt haben auch gerade vor ein paar Minuten noch Ware Amazon zurückgeschickt und alles das geht an sich reibungslos nur Fernostware China und Japan und so weiter und so fort und auch wie gesagt Amerika hat man nur Ärger das macht überhaupt keinen Spaß da einzukaufen also wir jedenfalls nicht ob wir als böses oben jetzt nehmen sollen weiß ich nicht bin so ein abergläubischer Typ nicht ähm es ist nur schade wenn man selber Fan ist zum Beispiel und selber sowas trägt gerne trägt und wenn man feststellt dass es wie gesagt nur in Amerika das richtig Gute gibt den richtig guten Stoff wenn der Amerikaner dann sagt nö dieser gute Stoff wird nicht mehr nach Europa versendet Europa bekommt diesen Stoff nicht mehr zugesendet dann äh ja was machen wir denn jetzt ne weil so manch eine gute Cosplay äh Ausstattung ist ja erst dann so super wenn man auch diesbezüglich die Ware hat oder den Körperpanzer der nach was aussieht nicht jeder kann Hand anlegen nicht jeder hat die Zeit dafür das geht einfach nicht ähm ich hab jetzt wie gesagt drei Exponente da stehen an den anderen drei arbeite ich noch ist da auch ein Stormtrooper dabei den man und dann gucken äh auf welcher Convention man wie rumlaufen möchte das kann man dann anziehen ähm und dann könnte man ja Sachen machen äh man kann auch einen einfacher Sysload kann ich auch mit dieser Maske da machen da mache ich mir gar keinen Kopf drum äh dann läuft man als einfacher Sys oder als einfacher Ren Ritter äh ohne gewisse Panzerung als ganz normal Kylo hat ja auch keine Panzerung Kylo äh läuft ja auch normal rum den Helm hat er ja mittlerweile nicht mehr der geht ja zum Bruch ähm Revan äh ist zwar immer noch der angesagteste Sys und Jedi ähm auch an seiner Bekleidung nur wenn man sich das anschaut wie äh wie komplex und kompliziert diese Bekleidung ist wenn man selber Hand anlegen möchte ist also nicht so einfach das Ganze eine gute Cosplay Geschichte auf den Weg zu bringen dass sie auch fast authentisch ist na gut 501 äh wisst ihr ja wie gehoben die Geschichte ist sollte man nicht darüber sinnen 501 das ist äh nur was für die die wirklich nichts anderes machen wie nur das auch wirklich ihre Uniform bügeln und dann immer drapieren und Hand anlegen und neu machen äh kaum Verschleiß Sachen ähm ne wir wollen ja richtig Action wir wollen ja richtig Spaß und deswegen mag ich diesen Verein auch sehr weil da auch sehr viel Action ist sehr viel Spaß ist sie sind halt mit Herzblut dabei machen auch sehr viel selber und und deswegen gefällt mir der Dortmunder Star Wars Fan äh der Dortmund e.V ähm ja der gefällt mir halt und alles andere ist bis jetzt äh nix hier also hier wie gesagt auch nicht ähm hier werden Sachen äh ne also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln ich kann im Moment sowieso nur mit dem Kopf schütteln ich weiß nicht was los ist äh könnte sein dass hier äh sich äh das Viertel verändert kann sein dass es hier am Viertel liegt ähm den Einzelhandel sollte man nicht zum Sterben bringen also wer nur auf Amazon baut wer behauptet Amazon ist billiger ist halt ne schöne Leko warum die Leute das nicht verstehen keine Ahnung warum die Angst haben vor diesen gruseligen Gestalten weiß ich auch nicht also ich liebe meine Star Wars Figuren ob das Ray-Ban ist ob das Ritter von Ren ist oder ob das Kylo ist oder halt die anderen hier Yoda der mit seinem Saber da durch die Gegend rrrr ne oder halt R2D oder BB8 der da durch die Gegend rollt ne so ich wünsche euch ich kann es nicht versprechen also ich begrüße alle total recht herzlich aus dem Verein Dortmund und ich hoffe und ich freue mich auch wenn wir uns sehen und mal sehen mal schauen was wir da noch auf den Weg bringen was wir da auf den Weg bringen wie wir es auf den Weg bringen schauen wir mal wenn es keine Sendung gibt dann habt ihr halt die Clips wie gesagt am 25.05. war die Idee geboren dass wir da dass wir da eine Sendung machen 40 Jahre Star Wars und bis jetzt naja Echo gleich null aber naja das ist ja eben hier eine Star Wars Freie Zone so alt gibt's nicht nicht gedacht dass es die gibt die sagen dann die